Ja, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Mein Name ist Vince Ebert. Mein Programm trägt den Titel Evolution. Hier sieht man es. Das Geheimnis des Lebens. Wie hat sich das Leben entwickelt? Warum ist der Mensch und nicht die Kakerlake am Drücker? Ist der Musikantenstadel mit der Evolutionstheorie vereinbar? Super Foto, oder? Ja, links bin ich. Rechts ist Heiner Geisler. Nein, rechts, das ist Sina. Eine 13-jährige Schimpansendame. Und das war wirklich toll. Ein 5-stündiges Fotoshooting mit einer 65 Kilogramm schweren Schimpansin, die übrigens eine unfassbar hohe Tagesgase hatte. Ich sag mal, für die Kohle hätte ich auch locker Til Schweiger bekommen. Aber der hätte sich nicht so gut artikulieren können. Es war wirklich toll zu sehen, wie menschlich so ein Tier ist und wie tierisch wir Menschen. Ich meine, kein Wunder, denn 98% unseres Erbmaterials sind komplett identisch. Unsere Entwicklungslinien haben sich erst vor rund 5 Millionen Jahren getrennt. Das klingt jetzt erstmal ziemlich viel, aber würden Sie eine Menschenkette bilden, in der sich Ihre Mutter, Ihre Großmutter, Ihre Urgroßmutter und so weiter und so weiter an den Händen hielten und würden Sie in München anfangen, dann wären Sie bereits in Mannheim bei unserem letzten gemeinsamen Vorfahren angelangt. Und wer schon mal in Mannheim war, der weiß, wovon ich rede. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, worin unterscheiden wir uns vom Tier? Wir können uns vorstellen, was andere denken könnten. Wir haben Empathie. Die Fähigkeit, sich in andere hineinversetzen zu können, Humor empfinden zu können, hat natürlich auch was mit einer gewissen Gehirngröße zu tun. Und es hat sich gezeigt, dass vor rund 500.000 Jahren sich das menschliche Gehirn fast verdreifacht hat, in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum. Und man vermutet, dass diese enorme Gehirnvergrößerung mit der Erfindung des Kochens einherging. Das ist eine gewagte These, vor allem, wenn man sich diese Typen beim perfekten Promi-Dinner anguckt, wo man immer den Eindruck hat, boah, da arbeitet das Stammhirn noch auf Werkseinstellungen. Aber die Idee vom Kochen ist insofern nicht dumm, weil der Mensch genau zu diesem Zeitpunkt auch das Feuer entdeckt hat. Und keine drei Tage später die Grillsaison. Ich weiß ganz genau, was einige sagen. Was zum Teufel hat Grillen mit einem großen Gehirn zu tun? Ganz einfach, große Gehirne benötigen sehr viel Energie. Und Fleisch, also Protein, ist der beste Energielieferant. Das Problem an der Sache, um rohes Fleisch zu verdauen, braucht man einen sehr großen Verdauungsapparat. Und den haben wir Menschen nicht. Wir haben zwar dreimal so viel Hirn wie Schimpansen, aber unser Verdauungssystem ist 40% kleiner. Und diese 40% haben wir in die Küche verlegt. Wir haben also einen Teil der Verdauung outgesourced. Das Karnickel zum Beispiel hat eine ganz andere Strategie. Karnickel sind Fluchttiere und Vegetarier. Also genauer gesagt sogar Veganer. Die Hisbollah-artige Splittergruppe der Vegetarier. Fluchttiere und Veganer ist ernährungstechnisch eine ganz beschissene Kombination. Denn Pflanzen sind wesentlich schlechtere Energielieferanten und deswegen benötigen Pflanzenfresser einen noch größeren Verdauungsapparat. Deswegen haben Kühe riesen Pansen. Jetzt kann sich aber das Karnickel als Fluchttier so eine fette Wampe nicht leisten. Was macht es daher? Es fermentiert einen Teil der Nahrung in einem speziellen Darmabschnitt und muss dann nach dem Ausscheiden das fermentierte Zeug zum zweiten Mal fressen, um an das Protein zu kommen. Verstehen Sie? Ich sage das jetzt nur, weil Vegan sein gerade so unfassbar hip ist. Auch wenn uns das nicht gefällt, aber unser Verdauungssystem ist eben nicht an Rohkost oder Salattiller angepasst, sondern auch Aufschnitt und Gräbel. Das menschliche Gehirn hat dazu sogar ein körpereigenes Belohnungssystem entwickelt und schüttet bei diesen Speisen Dopamin aus. Wir sind also mit einer körpereigenen Droge auf Rahmschnitzel und Sachertorte konditioniert. Und auch heute noch lügt man sich in puncto Gewicht in die eigene Tasche. Besonders die Schlanken. Es ist doch so nervig, wenn diese abgemagerten Models in Interviews dann so Sachen sagen wie Ich esse ganz normal. Schokoriegel. Hamburger. Schlagplatte mit Schupfnudeln. Da könnte ich kotzen. Machen die übrigens auch. Und für so einen Schwachsinn hat uns die Natur ein großes Gehirn gegeben. Das sich übrigens ziemlich langsam entwickelt hat. Wenn wir geboren werden, hat unser Gehirn nur etwa 30% seiner endgültigen Größe erreicht. In dieser Phase sind wir vollkommen hilflos. In den ersten sechs Jahren wächst es dann auf 90% an und hat erst mit 23 Jahren seine volle Performance erreicht. Da sind wir aber schon zehn Jahre geschlechtsreif. Unser Hirn hinkt unseren Hoden zehn Jahre hinterher. Aber das ist gut so. Denn dieses langsame Gehirnwachstum ist die Basis für Lernfähigkeit. Gegenbeispiel Krokodile. Krokodile haben bei ihrer Geburt bereits ein vollständig entwickeltes Gehirn. Da kommt nichts mehr dazu. Und genau deswegen sind die doof für ihren Kastenweißbrot. Lernfähigkeit gleich null. Krokodilmütter verteidigen ihre Eier bis aufs Blut. Aber in dem Moment, in dem die Jungen schlüpfen, sagen die sich Oh, Futter! Die fressen ihren eigenen Nachwuchs, weil sie zu doof sind, ihn zu erkennen. Ganz anders wie Menschen. Wir päppeln unsere Kinder auf. Bringt ihnen Lesen, Schreiben und Fahrradfahren bei. Finanzieren ihnen die Ausbildung, das Studium, die Hochzeit. Stecken ihnen Geld zu, wenn sie ein Reihenhäuschen kaufen wollen. Nehmen ihre Kinder übers Wochenende, wenn sie ihren Selbsterfahrungsworkshop machen. Und lassen sie schließlich wieder bei uns einziehen, weil der feine Herr Schwiegersohn seit drei Jahren seine Sekretärin vögelt. So doof sind Krokodile eigentlich gar nicht. Zumindest ist ihr Leben übersichtlich. Und wir haben in den letzten 10.000 Jahren eine Welt entwickelt, die wir im Grunde nicht mehr verstehen. Schauen Sie sich einfach mal in diesem Raum hier um. Gucken Sie sich einfach mal um. In diesem Moment sehen Sie mehr Menschen, also unsere Vorfahren während ihres gesamten Lebens gesehen haben. So viele Menschen. Und das stresst unser Steinzeitgehirn. Auch Entscheidungen stressen uns. Pro Tag müssen wir in unserem modernen Leben bis zu 20.000 größere und kleinere Entscheidungen treffen. Zucker oder Süßstoff. CDU oder SPD. Scheidung oder Durchhalten. Jeden Tag. Da muss man ja wahnsinnig werden. Entscheidungen stressen uns. Unser gesamtes Leben, unser gesamtes modernes Leben stresst uns. In den USA hat neulich ein Typ mit einer Schrotflinte seinen Laptop zusammengeschossen, das Ganze auf YouTube gestellt. So eine Art Screenshot. Da ist irgendwas mit der Installation schiefgelaufen, da ist er ausgedickt. Hasta la vista, Windows vista. Man kann es verstehen. Neulich schickt mir die Telekom neues Handy. Beim Auspacken finde ich einen Zettel. Ihr Handy funktioniert nicht. Rufen Sie uns an. Eine der Hauptfunktionen unseres menschlichen Gehirns besteht in der Abwehr von unnötigen Informationen. Zumindest Informationen, die wir nicht intuitiv erfassen können. Roberto, zeig doch mal das eine Bild. Welche Emotion hat dieser Mensch? Was glauben Sie? Glücklich. Super. Herzlich willkommen. Die Autisten sind auch hier. Fantastisch. Super. Nein, welche Emotion hat dieser Mensch? Zorn. Zorn, genau. Zorn, Wut, Ärger. Innerhalb von Sekundenbruchteilen haben wir eine ziemlich gute Ahnung davon, wie es diesem Menschen geht. Und das, obwohl die menschliche Psyche hochkomplex ist. Und jetzt betrachten Sie folgendes Bild. Antwort? Schon schwieriger, oder? Denken ist wesentlich anstrengender als Fühlen. Und vor allem wesentlich langsamer. Einen guten Freund aus 60 Metern von hinten zu erkennen, das fällt uns leicht. Ein Computer, der kann das nicht. Der hat keinen guten Freund. Dafür kann der blitzschnell 73 mit 26 multiplizieren. Ein Mensch, der das kann, hat meistens auch keinen guten Freund. Dankeschön. Ich bin Sie immer beim Herrn. 18,98. Genau, 1.898. Super ausgerechnet. Ich habe auch keine Freunde. Ja, ich habe auch keine Freunde. Ich habe auch keine Freunde. Ich habe 14 halt HR-Moderatoren, die haben es auch. Wir haben keine Freunde, genau. Sag mal, Vince, du hast eine sehr schöne Veranschaulichung eben gehabt. Das macht man ja immer gerne, damit man sich etwas besser vorstellen kann. Also du sagst es mit den Ahnen, die Geschichte, also bis wohin geht die Schlange? Ja, ja, genau. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Nichtsdestotrotz muss man schon ein bisschen genau dabei sein. Die fassen sich an den Händen von München bis Mannheim. Bis Mannheim. Stehen die so an den Händen, stehen die so an den Händen. Wie dick sind die? Dann machen wir das jetzt ein bisschen mehr. Stehen die auf gerader Linie? Also wenn du sagst, von München bis Mannheim ungefähr 400 Kilometer. Wie ungefähr? Du bist Wissenschaftler. Ja, Entschuldigung, vor fünf Millionen Jahren hat es ja nicht von einem auf den anderen Tag Klack gemacht und da war der Schimpanse da. Ich finde nur diese Vergleiche immer so extrem lustig, weil ich kann mir gar keine Menschenkette von München bis Mannheim vorstellen. Aber du bist da schon mal von München bis Mannheim gefahren. Nein, warum? Ich fahre über Würzburg. Dann ist klar. Dann ist klar. Nein, aber ich kenne das ja auch aus dem Fernsehen. Aus dem Fernsehen versucht man ja auch immer Sachen so zu veranschaulichen. Das ist jetzt Kassel, Wilhelmshöhe, der Bergpark, Weltkulturerbe. Um zu erklären, wie groß dieser Weltkulturerbe-Park ist, hat man gesagt, warte, ich habe es ja aufgeschrieben, 350 Fußballfelder. Ja, das kann sich... Also schon mal 350 Fußballfelder gesehen? Ich habe noch einen schönen Vergleich, um Schall- und Lichtgeschwindigkeit zu verdeutlichen. Also, stell dir einen Kinosaal vor mit 300 Millionen Sitzreihen. Selbstverständlich, kein Problem. Also ein großer Kinosaal. Ja, relativ groß. Wenn du in der letzten Reihe sitzt, siehst du den Film nur eine Sekunde später als der Typ in der ersten Reihe. Aha. Aber hören kannst du ihn erst eineinhalb Wochen später. Und bis der Langnesen-Mann vorbeikommt, vollkommene Katastrophe. Jetzt habe ich endlich die Lichtgeschwindigkeit verstanden. Was ja auch immer gerne rangezogen wird, ist das Saarland. Ein Waldbrand, so groß wie das halbe Saarland. Ja. Ich denke, Moment mal, also das Saarland ist doch eigentlich immer sehr klein. Jetzt ist es aber so, das Waldbrand ist aber so groß wie das Saarland. Nein, das Saarland wird immer deswegen dazugezogen, weil es nicht schade ist drum. Verstehst du das? Bei Waldbranden und wegreichend. Ja, bei Waldbranden. Wir lernen immer sehr gerne von dir. Meine Damen und Herren, Dankeschön, Vince Ebert. Vielen Dank. 125 kal laps. 200 15? estro Castell-Ten-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton. Vielen Dank.